so meine freunde wieder back in business hier mal wieder und zwar in portland und wir machen die geheimen testkammer mal versprochen ist auch schon so aufgeregt ich kann mich gar nicht mehr zusammen fall gleich vor stuhl hier wenn ich nicht diese geilen armen lehnen die mich rechts und links eigentlich begrenzen ja die kenne ich so weit zurück die menschen müssen es versehentlich von meinem netz getrennt haben sicher nur ein verwaltungsfehler ja die verwaltung arschlöcher höh höh kack so gemein wollte ich nur du musst ein portal setzen wo muss ich ein portal setzen das sieht nicht nett aus naja muss man dezent zu sagen sieht doch nicht sehr sinnvoll aus wie gut wie immer was muss ich denn jetzt für ein ding setzen und ne aber das auch geschafft nein nein hier sind die geschütztürme vermeiden ne sag an ach echt du blöde cool so wieder super schlau und los geht's no ok Nickers du machst die dinge du machst das ding und ich mach das ding ich mach das ding ich mach das ding ich muss mir merken hell blau also hellblau ich merke mir gelb rechts ne links rechts 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 so haus schon mal rein sehr schön boah das muss ja gleich richtig schnell hier werden ne ok ich muss jetzt nicht warten bis wir da hinten sind ein Teil das ist ja oh gott was machen wir jetzt auch gut das war richtig hey es geht ja noch weiter aber der lichtbrücke da rum genau jetzt muss ich äh jetzt muss ich äh 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 oh Nickers kommt mit ne hm äh oh fuck das Level ich werde natürlich getötet bei dem Tempo können wir nur hoffen dass die Brennstoffzelle in zwei Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Net ja die Fresser Niklas ich komm nicht mehr hoch ich komm nicht mehr hoch ok ok gut dann noch mehr gut wir brauchen jetzt den Strahl um die langsam auszuscheiden eh versteh ich nicht ich versteh ich nicht Jans oh ja das wird sehr klein ok ok einer muss theoretisch das schutzspiel die ganze Zeit alter steht so nach vorne an der Kante der Mongo ja ja wie sie weg da alter hast du nochmal den Traktor strahl ja wohin willst du denn da mach da ich glaub das scheiß Ding umgebrochen glaub ich ok nein wisst ihr wo ihr seid ja in der Hölle 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 äh nein komm wir nicht bitte hin hier ok da brauch ich jetzt warte ok wo steht der scheiß Bot steht da oben an der Kante ne den möchte ich mir jetzt kann der mal umkippen ja versuch's mal so warte nochmal jetzt schau ich ok so trifft er mich ja suche euch fällt das navigieren hier so schwer dass ich wünschte ich hätte den Test geschaffen ja komm halt dann selber immer meckern ja wirklich ja ne klasse jo sehr schön so wo ist das scheiß Vieh der komm her ja oh komm alter ja kipp um nein oh wie das schwankt das scheiß Ding komm lass einfach hier rüber gehen Stealth mein ich nicht töt es nicht ja gut versuch jetzt nochmal was uns zu töten wir schleichen uns jetzt vorbei hallo hallo geh raus bitte den nicht wir müssen uns jetzt hier lang schleichen wir müssen uns jetzt hier lang schleichen Alter ich fühl dich gar nicht mehr what the hell oh alter ist doch unmöglich man naja können die dich irgendwie wegmarschen irgendwie bei sehen die mich ich hör mich aber nicht mehr hä nicht mehr ich bin nicht mehr gefangen der geht ziemlich am Arsch ne mhm was hast du gemacht ach runtergefallen Digga warte nochmal das kann doch nicht sein wie soll das denn gehen muss ich selber den Schutdruck machen gerade da muss ich den Schutdruck machen achso mach einfach mal so unfähig ich hab die alle auszuschalten ich hab auch nicht mehr ganz wie ja so aber dann musstest du bis nach ganz oben kommen dann mal schaff ich das dir irgendwie da sitzen das geht nicht darüber komm es ist doch scheiße wie soll das denn gehen so basht feine Güte mann genau das soll es hinten legen ich wüsste auch noch da irgendwie rausholen können wenn wir den Penner schon mal weg hätten dann wäre schon mal was geschafft muss doch nur scheiße umkippen mann kurz der schwankt doch immer so ja nah dran steht soweit jetzt schon wieder hinten ich warte mal bis der down ist wer ist down der ist noch nicht runter gefahren wer drunter fährt der auch nicht ich bin nicht böse ich bin nicht böse ich bin nicht böse ich bin nicht so ich bin nicht so ich bin nicht so ich bin nicht so ich bin nicht martin ich bin die mit echt auf uct schiff die endlich mal alter das hat ja 16 naja es wäre nicht portland sind einfach irgendwie bringt das hier gerade auch nix wir wissen darüber schuldig jetzt nachdem wir uns alle hassen nicht noch mehr so wird es nicht kannst du irgendwie an diesen ja schießen wir das Wasser rein müssen wir im strahl da langfliegen ne falsch so oh ne wir haben schon verkackt oder ne wo sind wir jetzt denn schießen oder unten rein gott gott portal nicht alles ich weiß nicht wohin das geht doch gar nicht hier ok nochmal ich hole die ich hole das ding wieder wo ist denn blocker er ist dicht wo den blocker ja ach der ist auch der ist dicht hä dicht richtig wenn du tot ist ja cool ist ja cool das ist überhaupt verkackt war sollst du mal direkt da unten mal so ein schutzding setzen guck mal die sind auf der anderen seite ist ein bisschen blöd ne weil weil nein ich habe es falsch hier gesetzt kein gott ich gehe mal sterben das net dass du dich opfass dacht ihr der schalter sei dort unten ja wie geil die für jeden kack das mal eingebaut haben ja mega geil nein wir wollen mit links zu schießen so natürlich es ist so pisse einfach wie man die wegkriegt oh wir sind schlecht so gehen wir los aber gleich musst du da wieder weg machen also hinter uns nein nein oh god ich mach das Ding mal weg jo hey bro oh da ist hier irgendwas cd hast du irgendeine cd gefunden? ne ist es spontan ah doch hier ja Laz denn los so geschafft das system hat wieder strom ich bin voll verbunden ich kann alles sehen und es ist nichts passiert sehr schön die ist so nett und so gütig wir helfen mir bei irgendetwas trotzdem blöd her ja gar nichts machen ja was willst du machen halt den scheiß da so danke dass sie die tests abgeschlossen haben wenn sie gefallen hat können sie nun die teststrecke ihrer wahl wiederholen vielen dank dass ihr die folge geschafft habt wir sehen uns in der nächsten woche ich meine haben wir jetzt auch lange gebraucht jetzt wissenschaftliche kollaborationspunkt ja 1075 haben wir schon platz kann man erhöhen oh freiger hindernislauf habe ich wieder einen erfolg gekriegt umarmungen mit leistung definitiv ok gut dann haut da rein leute vielen dank fürs zuschauen und nächstes mal widmen wir uns der bösen 5 wo ist sie denn sehen sie noch gar nicht aber sie ist da wir wissen es da der bösen 5 so also Leute bis dahin haut da rein tschüss wir sehen uns wir sehen uns